Feind? Kannst nicht genau erkennen. Ja, 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 Feinde, los, leid'em ab. Wo, rechts? Da, in der Gasse vorne, ist ne Gasse. Auf 170 Grad ist ne Gasse, da war grad einer drin. So, sind alle vom SUV weg? Noch jemand im SUV? Alpha. Ja, alle 6 sind hier. Ok, Achtung. Sehr schön. Alpha und Echo, wir haben den SUV angezündet. Gezündet. Ich hab auf den Benzin-Höster geschossen, den ich dahinter gelegt hab. Ha, cool. Warte, ne, ich sehe halt ab oder so. Begegnung in der Gasse, begegnung in der Gasse. Da sitzt einer. Ah, die Bocker. Ja, Edon, wir haben nichts zum Sprengen dabei. Der geht als zerstört, fertig. So, Leute, aber nicht weiter vorrücken, wir gehen jetzt zu den Handels zurück. Ja, die Gasse ist down. Oh, ne, Moment, halt, stopp. Wir gehen weiter, weil wenn du mal auf die Karte schaut, sind direkt südlich noch zwei SUVs. Ja, und da haben wir auch. Die nehmen wir auch noch auseinander. Binden wir zuerst den an der Antenne oder der? Ja, nein. Äh, also, wir laufen jetzt hier die Straße südlich runter, da kommen wir zuerst an den, äh, der da, der Straße steht, also nicht den an der Antenne. Gutsch. Die nächsten drei, vier Häuser nach Süden sind frei, laut Helikopterabklärung. Leider stehen tot. Ja, sie werden wieder anじゃないen. Vist Ihr geht auf die Kreuzung zu. Ab der Kreuzung vorsichtig weitergehen, dann habt ihr in rechts vor euch praktisch so eine Art locker verteilteren Häuserbereich mit vier Häusern. Dahinter sind zwei Infanteristen und der SUV. Ok, ist auch verstanden. Nein, die mögen den Helfer nicht. Ok, wo ist die Unbespannung? Ich verstehe. Echtes Fall. Echtes Fall. Moment, vorne, 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 vorne. Scheiße, der ist rechts zwischen die Häuser gelaufen. Oh, ich sehe nicht mehr auf. War der vorrücken? Verlängerung darüber hinaus. Habt ihr dann zwei Infanteristen und in der Oberflift umgeschüttet? Nein! Wer klingt sich denn hier vor meinen Lauf? Patti. Medik hier rüber. Ja. Hast du denn geschossen? Auf den Infanteristen, den wir vor zwei Minuten schon davon angesagt hatten. Ok, Patti kommt zurück. Ist angeschossen. Harte, stehen bleiben. Ich wurde in den Fuß geschossen. Oh, sorry. Ok. Ja, aber nicht wenn geschossen wird. Hier rechts ist einer. Ok, schaue ich mir an. Rechts um die Ecke war auch noch einer. Schaue ich mir an. Deshalb bin ich auch so weit rüber gegangen, weil ich sonst nicht sehen konnte. Ist keiner. Blitz. Nein. Ok, good to go. Ich fahre gerade auf dem Auto. Ähm. Da ist da Richtung Süd gelaufen. Da ist einer. Ja, Polizist. Rechts von dem Auto, also in eure Vorstellung Richtung. Rechts vom Auto hinter der Mauer ist noch ein Infanter. Ok. Warte, 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 warte. Hier südlich von uns, der weiße Jeep. Rechts davon hinter der Mauer ist noch einer. Wartet. Ja, ich habe da gerade zwei Granaten reingeschossen. Ja, Moment. Ich... Aber ich gehe. Ok. Weiter. Das ist ein bisschen Bug, dass der da noch stöhnt. Ne, wir brauchen eine Mettstück, damit der nicht mehr stöhnt. Wir brauchen eine Mettstück, damit er nicht mehr stöhnt. Der ist mit dem Mettstück. Wir brauchen einen Mettstück, damit er nicht mehr stöhnt. Der ist mit dem Mettstück auf der Parallelkarte. Wo geht der denn? Das hat er von mir nicht bekommen, Bixel. Achso, ok. Ja, verstanden müssen wir, ey, du Wurde ja nur ein bisschen in den Fuß geschossen Okay, warte mal kurz, halt, stopp, halt, stopp Wir gehen jetzt hier zwischen den Häusern durch Richtung Westen Vorallelstraße Wow Okay, also, äh Wir würden den beiden Häusern, äh Ja, Echo, die haben uns gerade überrascht Er hat ein paar Grüße von uns bekommen, ist erledigt Okay, äh, ja, wie gesagt, Richtung Westen, durch die Höfe durch, auf die Querstraße Zu dem SUV Okay Vorsichtig, nicht auf so eine Aktion, bitte Okay, Vorsicht, Achtung Südwestlich, 20, 30 Meter im Innenhof, ein Mann Ja, da geht gerade einer vor, an die Ecke Ja, ich bin hoch Also, ich auch Äh, wer gerade ist, hört, dass er an die Ecke läuft, der hat ihn gleich links auf die Ecke Ab ihn Danke für die Info, ich für hoch, ist erledigt Nee, das ist weg, das hat ich da weggemacht Da läuft einer Beste, ich mache euch, sieht sauber aus, ich bin jetzt, Beste, U-Mil, der ist hinter sich Ich gehe weiter, ich gehe die Mauer, weiter, weiter, weiter Ich gehe die Mauer, weiter, weiter, weiter Ich gehe die Mauer, weiter, 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 weiter Ich gehe die Mauer, weiter, 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 weiter Ja, ja, ich habe gesehen, wo er hingeschossen hat, der dann Ich gehe bald in den Augen Läuft ihr weiter Ja, sorry Ich war gerade nicht in der Lage zu sagen, wo Ich war hier links Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's Rechts sauber Ja Der Komplex ist auch Links ist auch frei Links ist auch frei Hier links mit der Hausfrau lang gerade Ja, eigentlich Links ist er da hingetragen So Sobald wir durch die Komplexdurchgleiter auf der Straße wieder ankommen, sehen wir den Gut Ach, da ist er, ich sehe ihn Hier westlich, hinterm Haus sehe ich ihn Mhm Ja, so gut Okay Wieder gleicher Stunt mit der Jerrycan, oder was machen wir? Jo So Okay Jo, verstanden So, ich pack mal die Cherif aus. Was machst du Stefan? Äh, ich mach. Oh, nice. Ah. Äh, Schiffen? Ja, Moment. Wir müssen über das Ace-Menü. Wir müssen über das Ace-Menü Unpacked Cherycan machen. Das ist okay. Es geht auch schon in den nächsten SUV. Okay, dann jetzt alle nach West über die Straße und hinter dem Haus in Deckung. Da steht ein Motorrad, yeah. Genau hinter dem Haus ist nicht hier der nächste SUV mitten im Hof. So, ich schieße schnell die Cherycan zu Brei. Oder machst du Stefan? Ne, mach ich. Das hat jetzt zerstört, ja. Das Z 백.- hätte er auch richtig reingeschaut. Das Z-B ist zerstört, ja? Das Z-B ist zerstört, ja. Nächste SUV brennt! Ja. Super, danke. Und gut aus. Dann schiebe ich zur Euerendiskomnecht mitmachen. So, und jetzt den gleichen Stunt nochmal. Der komplette Häuserblock ist fein frei, wo ihr euch gerade ausgekauft habt. Oh, fehl, 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 fehl. Der hat aber noch einen Rock nach vorne gemacht. Wow, der Eintrück liegt in Wertenauern. Das hat er gerade versucht, dann wollte der Fahrer mit Blei übergossen. Ist alles gut, ja. Ich bin nur gerade ein bisschen durch sein Feuer, danke. Hey, der ist tot. Okay, ich geh mal dahin. Da hat er richtig Bock, einen Bus zu fahren. Geht doch VKP. Ich mein, im Spiel. Ich find die Busse geil. Okay. So wieder. Ist das der letzte unser? Ich weiß es nicht, werden wir gleich sehen. Die Cherrikan aus. Jeder einen. Nein. So. Alle weg. Alpha in Echo. SUV Nummer 4 in Flammen. Moment. Perfekt. Wir sehen das. Wir haben gerade den nächsten entdeckt. Der ist südwestlich von der Opposition. Der hat schon den nächsten gefunden. Südwestlich von uns. Unter einem Tankstilengebäude. Ja, da ist der Kater. Schaut mal. Okay. Dazu, wo ich jetzt eventuell die Hummies. Da kann ich nicht mehr. Da, südwestlich. Da, ja. Wir können jetzt zwei mit dem Motorrad-Karte suchen. Ja. Äh, warte mal. Wir könnten doch... War ja nicht ein Bus. War ja nicht ein Bus? Ja. Der Motorrad könnte zwei Fahrer losschicken, dass wir die Hummies wollen. Fert, äh, das. Fert. Äh, ja, genau. Genau das ist das Problem. Wenn du nur zwei Mann losschickst, hast du das Problem, dass die dann abgeknallt werden und dann stehst du da. Ja, wir suchen uns jetzt ein Fahrzeug und dann haben wir sie in der Hand. Jetzt haben wir wirklich... Okay, Alpha und Echo. Wir kapot uns jetzt eben in ein TV-Fahrzeug und zurück zu unseren Hammies zu kommen. Das ist der Bus. Und dann noch in uns durchgelegt den letzten TV. Komm in. Okay. Okay. So verstanden. Haltet euer Bogen mehr nordöstlich als östlich. Ich sehe, Thermal verstreut eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ziele. Aber die sind alle südöstlich von euch. Ungefähr zwei Häuserblocks weiter. Ich stecke hier fest. So verstanden. Wir versuchen sie zu umgehen und uns unsere Hammies zu holen. Los, los. Da ist vor allem da. Oh, hat denn niemand markiert, wo die Hammies geparkt wurden? Doch, da wurde er. Ich weiß aber noch wo. Oh, eine Busfahrer. Warte, ich markiere. Warum darf ich hinter einem Busfahrer sitzen? Pass auf, es schmeißt gleich jemand aus dem Fenster. Keine Fahrkarte. Die Hauptmarkierung ist da, wo die Hammies. Sehr schön, ich sehe es. Sind alle drin? Da! Ne, ich nicht. Was ist der Busfahrer? Die. Ich habe mit dem Kopf geschnitzt. Die Fahrkarte einsteigen. Können wir? Alpha und Echo. Achtung, wir sitzen im feindlichen Dettelbad. Nicht auf uns feuern, bitte. Danke. Ende. Was? Was ist das? Ne, ich sah mich zu schnell nachher. Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn da? Was ist das denn da? Mein Knie. Ja, stopp, 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 stopp. forty-two. Gold! Keine. Aussteigen. Was? Wo? Was? Aussteigen. Aussteigen! Aussteigen. Aussteigen! Aussteigen! Was? Steffen! Oh! Das ist nicht mehr. jetzt nicht mehr boah! ja oder? da ist noch einer wir sollten vielleicht doch zu Fuß gehen ööö, nö nö wenn einer fährt, dann fährt er und jetzt bescheiden die weiter weg dann geht der Bus an Kann ich auch selber machen. Ja eben. Okay. Okay, alle wieder rein. Haben wir noch einen Sunny oder sowas? Ja, das machen wir bei den Handys. Okay, ich werde nämlich gleich ohnmächtig, glaube ich. Wieso Blut? Ach Gott. Wenn du nicht blutest, wirst du nicht ohnmächtig. Äh, bei mir wackelt es aber schon die ganze Zeit so ein bisschen. Ja, das ist aber... Wow, Addon, mach ja nichts Falsches mit dem Teil. Da hinten. Worauf schießt ihr? Was macht ihr denn da schon wieder? Sag doch mal bitte. Redet mit uns. Ja, hab ich gerade da gesagt. Da. Ja, okay, es tut jetzt. Ne, warte, warte, halt. Ah, ne, okay, sorry, ne. Bleib im Bus sitzen, wenn ich mich erwischt, dann habt ihr Schuld. Gut, los rein, los gehts. Los jetzt, vorwärts. Bist es doch willkommen, Kalbeta? Oh, fein. Los geht, los geht, los gehts. Aha, wir sind schon Meter. Weil ich sitze völlig abgespalten von euch ganz hier hinten in dem Bus. Ja, du bist so hättest. Ja. So, ich drück jetzt hier den Knopf. Nächste Haltstelle bitte halten. Ach, komm, komm, komm. Stark, ey. Nächste Halt, Loro, Loro, Straße. Da vorne bei der Ecke die nächste Straße. Heute ist es noch nicht vorbei, ey. What? Das Ding hat so'n Übelnrad. Oh, um 87. Ist doch egal, ob jetzt oder dann. Nächste, der nächste. Jetzt dann die nächste, wie der liest gleich. Aber fahr schön langsam, sonst gibt's hier noch Glück. Oh mein Gott, die Weltallee! Ja, mach den Rest auch gut für uns aufmerksam. Ja, das ist ja hier ein Bus. Endstation, bitte alle aussteigen. Ja, 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 ja. Da hat mein Humvee... Alpha, ein Echo, wir haben unsere Humvee erreicht und wir geben uns wieder auf den Weg zum letzten Humvee. Humvee. Zum letzten, zum letzten Zweifel. SUV, ha? Aber die, das sind ja alles nur im Handy. Das gibt's auch so. Wie war das jetzt? Ja, hier, ich. Warte, ich mach die weg, die wir weg haben. Weg, weg. Ist irgendwas mit mir? Ja, der braucht ein Mordium. Okay Echo, wir Alpha. Wir sind wieder in unseren Fahrzeugen. Wir begeben uns jetzt auf den Weg zu den letzten Entubis. Oh nein. Oh, schon der Weißen. Äh, klar. Das ist ganz klar. Nee, warte mal. Du folgst einfach der gelben Straße. Also, wie viel ist das denn?